Okay, herzlich willkommen zurück, heute natürlich wieder mal mit unserem wunderschönen GridView. Ihr seht, wir haben bisher schon den Container und die GridView gebraucht und naja, es sieht ehrlich gesagt ein bisschen langweilig aus, oder? Man kann hier nichts reinschreiben, zumindest nicht nativ im Container und deswegen lernen wir heute den Stack kennen. Der Stack macht genau das, er lässt euch Dinge irgendwo reinpacken, also er lässt euch mehrere Objekte miteinander stacken. Dürfte klar sein, dass wir hier nicht wirklich das Interesse haben, zwei Bilder übereinander zu stacken, sondern zum Beispiel hier eine kleine Bildunterschrift reinzupacken. Stellt euch zum Beispiel ein Profilbild vor, ja, dann habt ihr hier so einen im Zweifelsfall runden Kopf oder sowas und dann habt ihr unten drunter irgendwie oder auf das Bild draufgeschrieben den Namen der Person. So könnt ihr euch ungefähr den Stack vorstellen, für das braucht man den. So, was wir jetzt also machen ist, wir wollen hier nicht direkt einen Container zurückgeben, sondern wir wollen einen Stack zurückgeben, der einen Container auch beinhaltet, aber eben nur auch. Und das heißt, wir sagen hier, okay, das Ding bekommt einen Stack und einen Container und achtet immer hier drauf. Das ist nämlich ganz angenehm, wenn man da wirklich so eine Orientierung hat, was genau eigentlich wo zu Ende ist. Das finde ich bei der IDE sehr, sehr gut gemacht. So, und jetzt sagen wir hier natürlich, okay, der Stack, der kann offensichtlich nicht direkt den Container beinhalten. Klar, weil der muss ein Kind-Element sein. Der Container muss als Kind definiert sein. Also sagen wir hier Children, Doppelpunkt. Und natürlich sind es mehrere Kinder. Das heißt, wir haben hier einmal das. So, und den Container packen wir auch in die neue Zeile. Wir wollen immer schön darauf achten, dass euer Quellcode schön lesbar ist. So, jetzt machen wir das. Im Übrigen, wenn euch irgendwie die Einrückungen komplett kaputt gehen, dann schaut erst mal, dass ihr keine Schwierigkeiten mehr habt in eurem Code. Das heißt, wir müssen hier noch ganz kurz das fixen, bevor wir weitermachen können. Weil wir hier gesagt haben, wir wollen Liste aus Containern zurückgeben. Jetzt geben wir hier einfach eine Liste aus Widgets zurück. So, und dann geht der Fehler weg. Und was ihr dann machen könnt, ist hier unter Code, Reformat File, beziehungsweise Reformat Code. Und dann habt ihr eben Störung Alt L, beziehungsweise Störung Alt Umschalt L. Dann habt ihr hier das hier. Und so wird alles automatisch neu formatiert. Wobei mir teilweise die automatische Neuformatierung nicht gefällt. Man kann die aber auch einstellen, wenn man das möchte. Ups, ja, das war ein bisschen zu viel. So, das wollen wir hier haben. Und dann wollen wir das da haben. Okay, und hier sieht dann auch der Code einigermaßen aufgeräumt aus. Und die Einrückungen stimmen wieder vom Platz, etc. Das ist schon ganz angenehm. So, jetzt haben wir hier offensichtlich den Stack, der bitte in eine neue Zeile rutscht, mit folgenden Kindern. Und wir wollen hier trotzdem noch sagen, wie das Ganze eigentlich angezeichnet werden soll. Also, wo wir das Ganze eigentlich machen wollen. Und jetzt lernen wir noch gerade ganz kurz ein anderes Element kennen. Und zwar habe ich euch ja gesagt, dass man zum Beispiel ein Profilbild oder sowas hat. Deswegen nehmen wir hier nicht den Container, sondern wir sagen, wir wollen hier den Circle Avatar. Es gibt einen Haufen von diesen Widget-Klassen. Da könnt ihr einfach mal reingucken in die offizielle Dokumentation. Da gibt es so unglaublich viel, was man da reinpacken kann. Aber wir wollen hier natürlich das Background-Image setzen. Und die müssen alle irgendwie separat gezeigt werden. Das ist ein bisschen seltsam. Zudem darf ich hier auch nicht Image.network schreiben, sondern muss dann Network-Image schreiben, was auch ein bisschen seltsam ist. Aber so kann ich das Ganze machen. Und jetzt schauen wir uns das mal, bevor wir weitermachen, schauen wir es uns einfach mal ganz kurz an. Wir sehen hier offensichtlich, es ist ziemlich, ziemlich klein geworden. Lasst uns hier vielleicht den Radius noch ein klein wenig hochstellen. Radius. Und den würde ich auf 150 stellen, weil die Bilder sind ja eigentlich 150 groß. Schauen wir uns mal an. Und ja, jetzt sehen wir hier, okay, wunderbar. So kann man sich zum Beispiel Profilbilder vorstellen. Vielleicht nicht unbedingt in der Grid View, aber man kann sich auf jeden Fall Profilbilder vorstellen. Und ja, jetzt packen wir hier einfach noch ein weiteres Element rein, das dann eben da drüber gesteckt wird. Und wir machen es uns jetzt hier ein bisschen einfacher und geben hier mal einen Text mit an. Und zwar mit dem, ja, was haben wir hier für ein Bild? Wobei das Bild wird sich ja jedes Mal ändern, ne? Dies ist, nein, sagen wir einfach schönes Bild dazu. Schönes Bild. So, ähm, der Text soll allerdings vielleicht noch ein bisschen mehr beinhalten als nur schönes Bild. Und deswegen sagen wir hier ausnahmsweise mal, wir brauchen hier mehr Infos. Okay, was für mehr Infos können wir denn bei einem Bild noch reinpacken? Naja, wir können den Style ändern. Der Style sollte ein Text-Style sein. Und ja, das ist auch eine eigene Klasse, die man hier separat setzen muss. Ähm, die Text-Style-Klasse wiederum erlaubt mir die Schriftart sozusagen zu ändern. Und zwar zum Beispiel auf Font-Family, Font-Family-Fallback, Font-Features. Also Font-Family ist quasi die Schriftart. Ja, da könnt ihr dann reinschreiben, welche Schriftart ihr haben wollt. In den meisten Fällen nehmt ihr die Vollschriftart, dann habt ihr keine Probleme. Font-Family-Fallback ist quasi, wenn es die Schriftart nicht finden kann. Warum würde ich die Font-Family setzen wollen? Ähm, nun ja, sagen wir mal, ihr wollt irgendwas Verschnörkeltes oder sowas haben, dann kann man das machen. Aber in den meisten Fällen ist die Standard-Schriftart die lesbarste Schriftart. Deswegen nutzt man eigentlich meistens die. Aber wir wollen hier zum Beispiel auch Features reinstellen. Also zum Beispiel, wie sollen sie aussehen? Ähm, oder auch wie groß soll sie sein? Und, äh, wie, wie dick soll sie sein? Das heißt, wir sagen hier mal Font-Size soll 22 sein. Übrigens, die Schriftart bei meiner IDE ist 18. Das ist so ein Trade-off zwischen den Handy-Guckern und den Leuten, die am PC gucken und sich ärgern, dass ich hier nicht genug Code zeigen kann. Ähm, ja, ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen nachvollziehen, weil manche Leute gucken offensichtlich auch ganz gerne solche Videos auf dem Handy, habt ihr mir zumindest gesagt. So, dann haben wir hier Font-Weight, ähm, und zwar Colors, Colors, Punkt, jetzt können wir drauf zugreifen wieder. Ähm, was nehmen wir? Ich würde sagen, wir nehmen, ähm, White. Wir nehmen White, vielleicht nicht White komplett, sondern White 70. Und, ja, das ist eigentlich, was ist jetzt dein Problem hierbei? Can't be assigned. Äh, ja, okay, natürlich. Ich wollte auch Color wählen, nicht, äh, Font-Weight. Genau. Ähm, wir müssen natürlich hier noch die, das Font-Weight auswählen. Und zwar, Font-Weight sollte es sein, Font-Weight, das ist ein Enum hier, was wir hier haben. Und zwar nehmen wir hier Bolt. Ihr könnt die, naja, das Gewicht sozusagen von Hand einstellen, wenn ihr das wollt, aber Bolt sollte es eigentlich tun. Und damit habt ihr eigentlich eine relativ angenehme Schriftart. So, sieht folgendermaßen aus. Schönes Bild und es wird abgeschnitten. Naja, nicht ganz so angenehm, oder? Wir wollen es vielleicht doch eher Richtung unten haben. Das heißt, wir wollen vielleicht diesen Stack anders anordnen. Und wie machen wir das? Naja, wir können im Stack das Alignment wählen. Alignment Doppelpunkt. Und jetzt sagen wir hier Const Alignment. Ähm, genau. Und, ja, hier müssen wir dann angeben, wo X und wo Y ist. Das heißt, wo im Stack ihr das Ganze haben wollt. Und hier nehmen wir jetzt einfach mal 0,7. Und hier nehmen wir 0,5. Und schauen uns mal an, was hier ungefähr passieren würde. So, und jetzt sehen wir, ah, es ist runtergerutscht. Wir machen hier noch ein bisschen mehr rein. 0,8 sollte es auch tun. So, ihr seht, es wird ein bisschen tiefer gesetzt. Und es wird, lasst mich hier mal ganz kurz eins nehmen. Dann sehen wir genau, was passiert. So, wenn wir eins hier nehmen, dann ist es komplett ganz unten. Während wenn wir hier eins nehmen, ist es auch komplett ganz, ähm, ja. Schauen wir uns einfach ganz kurz an. Warum nicht? Ist quasi, ja, okay. Man sieht es nicht wirklich, weil natürlich hier das schönes Bild relativ groß ist als Text. Wir nehmen jetzt einfach mal nur, ähm, Text, damit wir es auch erkennen können. So, Text ist ganz, ganz rechts, ja. Während wenn ich hier jetzt 0 auswähle, ist der Text ganz, ganz mittig. Also, ähm, eigentlich, eigentlich so, wie wir es haben wollen. So ist es doch eigentlich ganz gut, finde ich. So, Problem ist jetzt natürlich an der Sache hier, ähm, wir haben hier jetzt Text drin, aber er ist weiß. Und je nachdem, was wir für ein Bild haben, ich starte jetzt mal die komplette App neu, da was ein bisschen dauern darf. Ja, ähm, je nachdem, was wir für ein Bild haben, ist es ein bisschen schwierig. Das heißt, man kann es nicht unbedingt immer so gut lesen. Und deswegen nimmt man eigentlich relativ selten den kompletten Text, sondern man nimmt einen Container für den Text wieder mal. Und hier seht ihr einen weiteren Anwendungsfall für den sehr, sehr guten Container eigentlich dann doch. Ähm, und zwar brauchen wir da unten drunter noch das hier. Und das, das Text-Element ist jetzt natürlich unser Child-Element hier. So, äh, jetzt muss ich mal wieder hier, STRG, ALT, L, und es sieht, ich mag das nicht, dass es mir das immer so hier in eine Zeile rutscht, aber ist okay, damit komme ich schon klar. Okay, also das Child ist der Text-Block und der Container an sich erlaubt mir jetzt hier zu sagen, ich mache eine Decoration, die kennen wir ja schon, und zwar eine Box-Decoration. Und, Achtung, jetzt machen wir hier folgendes. Und zwar, wir nehmen die Color, Colors, Colors.black. Na, was nehmen wir denn hier? Was, was nehmen wir? Ich finde 38 sehr angenehm. So, und die wiederum lassen wir mal hier drauf. So, und was jetzt passiert ist, in Kombination mit dem Text sieht das Ganze so aus. Ihr habt, ah, jetzt ist es ein bisschen zu tief, ne? Machen wir hier mal auf 0,8. So, ihr habt jetzt hier eine Box hinter eurem Text sozusagen. Und das ist das Angenehme dabei. Ihr könnt hier wirklich sagen, hey, das ist eigentlich, ähm, das ist wie so ein Schatten von dem Text, so dass man den Text eben besser lesen kann. Und, ja, jetzt fügen wir hier einfach noch ein bisschen was hinzu. Das dürft ihr dann auch noch selber so ein bisschen ausprobieren. Wir sagen hier mal PaddingConstEdgeInsets.all, und zwar von 4 Punkt ungefähr. Und dann sieht das Ganze eigentlich schon ziemlich solide aus. So haben wir jetzt nämlich noch die 4 Punkt an den Seiten, damit es nicht so gedrängt aussieht, wenn ihr wisst, was ich meine. Und, ja, jetzt haben wir hier quasi eine schöne Bildunterschrift jedes Mal, die wir hier reinfügen können. Und das alles als relativ lange Liste von, insgesamt, lass mich nachgucken, 50 Elementen. Eigentlich eine ziemlich angenehme Sache. Übrigens mit dem Mausrad-Scrollen funktioniert hier bedingt gut, sag ich jetzt mal. Es funktioniert, aber, äh, ja, ihr seht, es ist ein bisschen schwierig als mal, weil es halt gelegentlich auch mal runterspringt. Okay, und das ist eigentlich so der klassische Art, äh, äh, der klassische Anwendungsfall von dem Stack, dass man eben zum Beispiel Text auf ein Bild drauf packt, und dann kann man auch durchaus den Container hier noch brauchen. Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.